Ich spiele die Rolle eines kleinen Hürdenbuben, der dem heiligen Pfarrer die Straße nach Ars zeigt und zu dem er sagt, du hast mir den Weg nach Ars gezeigt, ich werde dir den Weg zum Himmel zeigen. Mit dieser Szene beginnt ein Schauspiel über den Pfarrer von Ars, das vom päpstlichen französischen Seminar in Rom zum Anlass des Priesterjahres aufgeführt wird. Weniger als drei Monate waren nötig, das Rollenbuch zu verfassen, 52 Darsteller und Statisten zu finden und die Texte zu lernen. Ein wertvolles Stück mit einem wahrhaft pastoralen Anliegen, wie einer der Organisatoren, Federique Fagot, erklärt. Ich wünsche mir, dass dieses Stück vor allen Dingen ein Gebet ist, eine Meditation über das Priestertum, über das Leben. Aber über das Leben aller, nicht nur des Priesters. Und dass man über diese Figur des Pfarrers von Ars das Wesentliche wiederfinden kann. Die beiden Aufführungen, die in der Kirche des heiligen Ludwig von Frankreich in Rom stattfinden, zeigen die Wichtigkeit des Gebetes und den apostolischen Eifer im Leben des heiligen Johannes Maria Vierney. Besonders Stanislas Delcamp, Seminarist der Diocese Rouen, ragt heraus, der die Rolle des Pfarrers von Ars spielt. Ein sehr schöner Gesichtspunkt des Pfarrers von Ars ist, wie sehr er gar nichts Außerordentliches hatte. Er hat nichts anderes getan, als ein priesterliches Leben in seiner Pfarrei zu führen, immer zu versuchen, selber Gott nahe zu verbunden zu bleiben und deshalb auch die Verbindung mit den anderen zu haben, die Verbindung mit seinen Pfarrkindern. Es scheint mir, dass es heutzutage für das Leben eines Priesters absolut grundlegend ist, dahin zu kommen, diese beiden Aspekte gemeinsam zu leben und nicht vor dem einen oder dem anderen zu fliehen. Um das Leben und die Erfahrung des heiligen Johannes Maria Vierney einem großen Publikum, das in Massen gekommen ist, bekannt zu machen, wollte dies Theaterstück das Priesterjahr mit einer Reflexion über die aktuelle Rolle des Priesters begleiten. Einige Klangbeiträge mit der Stimme Benedikt XVI. vertiefen diese Aufführung, die dem Heiligen gewidmet ist, der bis kommenden Juni zum Patron der Priester auf der ganzen Welt erklärt wurde. Stanislas Delkamp, der in der Rolle des Pfarrers von Ars geschlüpft ist, hilft, von dessen Sorge um die Seelen, die in ihm brannte, berührt zu sein und von Anfang an eine Vorliebe für diese Akte der Liebe zu entwickeln. Ich liebe dich, mein Gott, und mein einziger Wunsch ist, dich bis zum letzten Atemzug meines Lebens zu lieben. Heiliger Johannes Maria Vierney